so servus ich möchte noch schön was los war zu den ganzen libraries was ich damals gemacht habe ich habe vor einiger woche die händler tv-libraries gemacht und es war dann insgesamt 44 stück und ihr habt es eigentlich wie soll man sagen in akkordarbeit machen können einfach nur mit kopieren und einfügen die ganze liebe ist erstellt ging recht flott der zweite schritt war dann ihr habt sämtliche lieber ist in eine in eine mod gepackt ja damit leicht zu handeln war und dann ist weihnachter kommen und weihnachten aber das gleiche mit mit der weihnachtslibrary gemacht und hab dann aber die ganze die ganze datei die wir für die livery verantwortlich ist nicht 44 mal gemacht sondern praktisch alles zusammen in ein potter gelegt das heißt die in einer tv-libraries habe ich als basis genommen und habe dann sämtliche dateien wo 44 mal vorkommen sind eigentlich nur noch auf einmal reduziert und hier sieht man es jetzt das ist jetzt praktisch auf der rechten seite das heißt es ist nicht mehr ein diener tv livery pack sondern ein new logo livery pack hier in dem livery aktuell sind die dateien drinnen die ich für die livery brauche die wo praktisch 44 mal dabei war und jetzt nur noch einmal in dem ordner trainer sind er muss unterschied man hat zwischen msk renato und den anderen weg dem gibt es zwei ordner und wenn jetzt hier sind die alternative livery ist und unter alternative livery sind jetzt an die einer tv und das christmas livery wenn jetzt um switcher will von an die einer tv auf christmas klicke hier drauf doppelklick und jetzt wenn jetzt ein flugsimulator starte habe ich die christmas livery drauf wenn ich wieder an die einer tv möchte klicke hier drauf zack jetzt sind die an die einer tv livery drauf im grunde genommen sind in den ordner hier die entsprechenden dateien und ihr wollt einfach nur hier rein kopiert ja der flugsimulator muss dabei nicht mal ausgeschaltet sein der kann laufen das macht überhaupt nichts aus der mag das kann dass er neue dateien reinkommen sind das problem dabei ist halt dass man nicht weiß ist die livery jetzt blau oder ist sie rot je nachdem ob der microsoft flugsimulator das mag oder nicht und ich habe jetzt eine neue livery erstellt die orange wenn ich sie so mache jetzt ist die orange livery praktisch aktualisiert ja das ist die hier und für diese livery zum generieren zum machen für 44 flugzeuge habe jetzt im endeffekt zwischen 15 und 20 minuten braucht die komplette 44 liverys zum machen es ist im grunde genommen nur noch die farbe ändern das logo ändern und das passt ja ich kenne das praktisch ja wenn ich sage okay gut ist ich möchte jetzt eine gelbe livery dann brauche ich ungefähr ja sagen wir mal eine halbe stunde bis ich dann das bild gefunden habe was ich nehmen will und der computer angeschmissen ist und so ja da brauche ich ungefähr eine halbe stunde und habe eine neue livery gemacht ja es ist natürlich jetzt nur die standard xbox liverys anders eingefarbt ja und kommt natürlich nicht an die livery rein die wie früher gemacht hat dieses hand nach bearbeitet war ursprünglich auch xbox livery aber man sieht ganz deutlich ihr habt da mehr gemacht wie nur die wie nur die datei umgendert ja auch jetzt funktioniert so und wir haben mal sehr welche farbe die nächste livery gibt ja also gut ich mach mir vom agro ciao